Musik Stefan! Stefan! Komm her! Hier bist du richtig. Stefan, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Beziehungsweise die Würfel. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Warum habe ich diese Würfel mitgebracht, Christian? Das ist die Sitzmöglichkeit für unsere neue Eigenmarke Monochrom. Neue Eigenmarke Monochrom. Seit 15 Jahren gibt es zwei Eigenmarken von euch. Eine heißt bereits Monochrom. Was ist neu? Neu ist, du hast schon recht gehabt, der Name ist geblieben, aber die neue Marke Monochrom ist ein gesunder Mix aus den beiden vorigen Eigenmarken. Warum brauche ich überhaupt eine Eigenmarke, Christian? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Die kann ich dir gut beantworten. In dieser Farbe werden heute Reifenmontiergeräte produziert und ausgeliefert. Rot. In dieser Farbe werden heute Motortester und AU-Stationen ausgeliefert und produziert. In Grün. Jetzt nehme ich die. In dieser Farbe werden heute zum Beispiel Hebebühnen ausgeliefert. In Blau. In Blau. Was fällt hier auf? Es fehlt Gelb. Gelb habe ich auch. In dieser Farbe werden diverse andere Ausrüstungsgegenstände produziert und ausgeliefert. Okay. Was fällt hier auf? Es ist bunt. Es ist bunt und das wollen wir nicht. Hinter all diesen bunten Marken namhafter Hersteller verbirgt sich jede Menge Know-How und Qualität. Ihr geht mit einer Eigenmarke an den Start. Wer steckt bei euch dahinter? Du hast recht. Wir wollen der Werkstatt ein einheitliches Erscheinungsbild garantieren und natürlich höchste Qualität von namhaften Herstellern. Das heißt auch bei euch stecken die namhaften Hersteller nicht in bunt, aber dafür in Monochrom dahinter. Genau. In einem Anthrazit-Ton und das garantieren wir dir oder unseren Kunden, dass wir namhafte Hersteller und höchste Qualität haben. Das kann ich dir sogar beweisen, indem wir mindestens zwei Jahre Garantie ausloben. Ein Jahr ist gesetzlich festgelegt. Ihr gebt mindestens zwei Jahre Garantie. Wie sieht es mit Wartung, wie sieht es überhaupt mit Service aus? Der komplette Kundendienst der WMSE ist natürlich in der Lage, die Geräte zu warten und zu reparieren. Wir haben auch Produkte zum Beispiel, wo wir drei oder fünf Jahre Garantie aussprechen. Seit über 15 Jahren seid ihr mit Eigenmarken am Start. Über 100.000 Geräte habt ihr schon sehr erfolgreich an den Mann, an eure Partner entsprechend gebracht. Was erwartet ihr für die Zukunft? Und die allerwichtigste Frage ist, kann ich heute schon etwas sehen? Das kann ich dir beides beantworten. Du hast recht, wir sind derjenige, der am längsten mit Eigenmarken arbeitet und somit den Kunden diesen Vorteil übergeben kann. Das ist aber eine Produktgruppe, die ständig weiter wächst, weil sich die Fahrzeuge auch immer entwickeln. Und somit ist das ein fortlaufender Prozess. Wir starten mit einem großen Sortiment, aber das heißt nicht, dass wir damit am Ende sind. Es wird immer kontinuierlich weitergeführt. Und jetzt würde ich von dem neuen Sortiment was sehen. Geht das? Stefan, du bist der Erste. Nein, du wärst der Erste, der das sieht, aber du kannst mir helfen. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das jetzt. Stefan, vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Jetzt steht im erfolgreichen Start der neuen Eigenmarke Monochrom nichts mehr im Wege. Ich war froh, dass ich ein bisschen was sehen konnte und Ihnen ein klein bisschen zeigen durfte. Was, was soll ich denn jetzt mit diesen Würfeln? Die kannst du wieder mitnehmen. Aber warum? Ich wollte beim Interview nicht stehen. Ach, du wolltest nicht stehen. Super. Den zweiten auch noch, bitteschön. Und ich kann's schleppen. Na ja, gut. Was soll ich sagen? Monochrom. Die neue Eigenmarke von WM. Die 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 Eigenmarke von WM. Untertitelung des ZDF, 2020